Ich hab echt erst einen Hirnstamm, ey. Kann das sein? Haben manche von denen keine Gehirne? Hast du schon wieder Level Upskill? Okay. Ich hab noch keinen Hirnstamm. Ich hab mein Spiel jetzt auch auf Deutsch geupdatet. Weil das echt immer verwirrender wurde. Geupdatet, weil Englisch so veraltet war. Ja, in der Tat hab ich erst das Sprachpaket installiert. Und da ging das Spiel kein Problem. Als ich heute Nachmittag nochmal starten wollte, auf Deutsch, muss ich erst 340 Megabyte runterladen. Ich muss gucken. Ich glaub nicht, dass das der neue Patch noch ist. Bögezahn. Bögezahn? Ein Mann, die kann's weiter. Wenn man wie er nicht sein solltet. Ein Mann wie eine Zahnbürste. Struppig? Strudel? Struppig. Ja, warum sagst du denn struppig? Warum sagst du denn wie eine Zahnbürste? Hält dich nicht raus. Ich wusste, es kommt wieder sowas. Man kann mit dir nicht mehr vernünftig reden. Timo, Cepidaya, Koja. So war ich. So, was ist Borsaya? Ganz in die Ecke. Sie hat mich gefunden. Ich freue mich auf den Kataklysmus und die Instanzen da. Ich freue mich aufs Schlingendorntal. Aber irgendwie auch auf den Düsterwald. Ja, die ist aber auf jeden Fall witzig. Ich guck dir seinen Hut an, da weißt du, das kann nichts werden. Ja, in der Tat, äh, kann ich das. Ich glaub, wir sind zu dumm, tja. Ich zieh in den linken Schuhe. Ja. Wer das Lied kennt, komm ins bitte dann. Hab ich nicht auch schon mal so viel Damage gemacht? 75? Ich mein, das ist... Das ist doch ein... ...ein Witz in der Landschaft. Ach, der hat aber viel HP. Bist ein Parler, du machst kein Damage. Ich will mich Damage. W-Double Heal. Ich bin mal gespannt, wie viel Exorzismus krittet in der Arena später. Ich muss mal kurz die Leute flamen. Yeah. See that shit, you guys? See that shit? Na, you guys? Ich nuk beim nächsten Boss mal mit. Bist mal. Hier geht's noch. Oh mein Gott. See you guys. Tschüss. Schal you guys. Und auf Dingens, Inis freu ich mich auch, bei Burning Crusade. Auf was freust du dich? Burning Crusade Instanzen. Ich freu mich irgendwie sogar auf den Lich King. Nicht nicht. Doch, schon. Du hast ja auch like 7x1 gemacht. Oh, die Hosen, die will ich jetzt haben. Zählt natürlich auch süß nicht, aber keine Wege. Correct. So, wo geht's jetzt eigentlich noch? Oh ja, hier geht's rein. Du bist schon richtig, ja. Ich hab' den Krebs angelacht. Sorry, hattest nicht gesehen. Das Tank immer auf den Rücken aufpassen. Immer auf den Tupel. Watch your back. Watch your back. Backstabble too. Hey, danke für die Info. Trixi. Trixi? Ich nenn sie Trixi. Ich hab jetzt deutsche Version. Also ich weiß, dass es nicht so klug war. Achso, du meinst spieler. Ja, oder Trixi das Buschkänguru. Ist es nicht wirklich so? Nee, aber es war anders. Bibo? Nee, Bibo war was ganz anderes. Flipsi vielleicht? Nein. So wie diese Dinger zum Essen. Das war ein Kerl. Nee, die heißen so. Flipsis. Eigentlich heißen die Flips. Ja. Ja. Äh. War ich beim nächsten Witz? Das war der Witz, Kubi. Du hast nicht verstanden. Dann würden sie Flipsis heißen. Das ist halt witzig, aber so kann ich dir auch nicht helfen. Kann die Community nicht anlügen und das witzig finden? Ich finde, du dich mal um die Meerhexe. Das war ein Buschkänguru. Das heißt Trixi. Trixi ist Buschkänguru. Nein. Ja, wie soll es denn sonst sein? Warum steht die Gruppe da einfach nur so blöd? Wenn man nicht hier Party macht? Gut, wenn ich hier stehe, steht der Rest auch. Wenigsten stehst du dann noch. Tja, das stimmt. Oh yeah. Oh oh oh, baby. Oh oh oh, baby. Oh oh oh, baby. Diese Gehirne sind echt ziemlich wahr. Ja, ne? Das ist komisch. Zwar ist ja der allgemeine Terminus, dass Fische kein Gehirn haben, aber das so wenig ist. Mein Delfin hättest wenigstens doppelte Chance. Delfine sind keine Fische. Ach, aber Naga, ja. Säugetiere sind kein Säugetier. Hä? Wisst ihr? Das ist mal ein Vergleich immer. Guck mal. Naga sind Schlangen und Fische zusammen, ne? Keins davon ist ein Säugetier. Das hab ich ja nicht gesagt. Buschkängurus und Delfine sind beide Säugetier. Das hätt ich unterschrieben. Ähm. Später auf Video wirst du freuen, wirst du eigentlich gemein, oder? Äh, excuse me, Princess, dann lösche ich's halt. Mach's doch. So. Mach's dir eh nicht. So, ich lösche jetzt? Dann müssen wir alles nochmal leveln. Das ist jetzt deine Schuld. Weißt du, dann müssen wir noch aus den Videos die Ausrüstung rekonstruieren, damit in den neuen Jahren nicht auffällt, dass es aber schief gelaufen ist. Das ist gar nicht schief gelaufen, das ist deine Schuld. Ich hätt's nicht. Guck mal. Ich hab verstanden Naga, weißt du, wie zum Beispiel Hamster Naga sind. Hm. Nagertiere, oder wie das heißt. Ja, das heißt schon so. Ich wollte dich nicht verarbeiten. Ach, Kölsch. Kommt jetzt mein Boss, ey. Ich grüße. Oh, ist noch so weit. Wo ist meine Gruppe? Was machen die da immer? Wollen machen die kein Damage? Was ist das hier? Das ist ein Priest. Monster Heal. Double Monster Heal. Triple Monster Heal. Ultra Heal. Ich weiß, gibt's ja so eine Level-Spannweite, wo Tank-DPS einfach immer ist. Aber ich mein, du hast es auch geschafft. Oh, whatever. Die sind die Imbar, die sind von Stufe 1 bis 5,8 sind die Imbar. Ja, weil das einfach zu schwer zu spielen ist. Das ist ja eine Stimmung. Eigentlich schon. Ich hab jetzt ja mit drauf, ne. Da sagst du uns Damage hier und da. Ach, das ist dieser Murloc, ne? Dieser Boss. Das ist ein Murloc. Okay, ich hab'n Hirn. Oder dieser Mage. Ne, der Murloc. Der Murloc. Der Murloc. Der Murloc. Der Murloc. Ich hab' mehr als tausend Maler, ist doch klar. Mehr als tausend Maler bin ich schon da. Mehr als tausend Maler braucht kein Mensch. Ich hoffe, er mag Mensch. Ich geb' ihm einen aus. Du weißt Bescheid. Du bist schnell von breit. Quench, bitte noch eins. Wer ist denn Doc? Das ist ein Pet. Das ist bestimmt Pet. Wir haben ja wieder einen hochkreativen Hunter gehabt. Ich weiß es nicht. Das ist sogar ein Hund. Holy shit. So was erlaubt. Ich fass' nicht. Monstrig. Sag mal, der warst da aber noch nicht bei, oder? Doch, doch. Ich wollte er mitnehmen können. Scheiße, was ein Karte ist. Ja. 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 Ja.